Guten Tag, liebe Zuschauer und seien Sie herzlich willkommen für diesen Abend und unsere nächste Visitesendung. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen und vielleicht darf ich mich erst an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass diese Sendung mit so vielen wertvollen und interessanten E-Mails von Ihrer Seite lebt und möchte gleich überleiten zu Sabine. Sabine ist aus Österreich und sie schreibt mir folgende E-Mail. Sehr geehrte Frau Dr. Wichel, ich danke Ihnen sehr herzlich für die jeweils interessanten und aufschlussreichen Visitesendungen, welche uns im Alltag doch wesentlich den Blick für Dinge eröffnet haben, die wir aus unserer Perspektive nur so begrenzt wahrgenommen haben. Ich danke Ihnen für dieses Lob, Sabine. Und wir wenden uns heute mit der Frage an Sie. Mein Mann ist konfrontiert mit einer Tumordiagnose. Wir möchten uns durch Sie wissen lassen, wie Ihre Empfehlung ist im Rahmen einer Vitamin-C-Hochdosis-Behandlung. Und ich möchte das Thema dieser Sendung diesem Problem widmen, weil ich im Alltag beobachte, dass wir diese Dinge in keinster Weise auch in einer onkologischen Tumortherapie überhaupt nicht wertschätzen, was es bedeutet. Es ist ungefähr drei Jahre her, da habe ich zufällig sehr spät am Abend einen Beitrag gesehen im deutschen Fernsehen. Und man hat über Vitamin-C-Infusionen das so journalistisch aufgearbeitet, dass man dort Heilpraktiker vorführte und auch den Wert dieser Infusionen oder überhaupt Unterstützung bei grippalen Infekten oder auch in der Tumortherapie als eine sehr kostenintensive Behandlung schilderte, aber ohne medizinischen Wert. Und ich freue mich über diese Darstellung heute, dass Sie mir diese Frage stellen, weil der menschliche Organismus ist gar nicht in der Lage, Vitamin C selber zu bilden, es zu synthetisieren. Das ist Tieren vorbehalten. Wir haben eigentlich durch dieses sogenannte Gelogen unsere Möglichkeit, Vitamin C zu synthetisieren, verloren. Das heißt, wenn wir es im Alltag nicht ausgleichen und wir brauchen nicht viel, aber wenn wir es nicht mehr haben, dann kennen Sie alle die Erkrankung der Seefahrer früher, dass Sie durch Skorbut erkranken. Aber was ist Skorbut? Was ist ein Vitamin-C-Mangel? Das bedeutet, dass Vitamin C einen multikausalen Einfluss hat in unser sämtliches Stoffwechselgeschehen und vor allem im Rahmen unserer Regenerationsleistungen. Denn wenn wir wissen, dass Vitamin C verantwortlich ist für eine gute, kraftvolle Struktur unseres Bindegewebes, unserer Knochen, unseres Knorpels, dann gehen wir sicher heute in einer hochzivilisierten Gesellschaft schon davon aus, dass das die Menschen doch ausreichend auch zu sich nehmen. Aber das ist nicht immer der Fall. Denn Vitamin C geht mit vielen anderen Dingen auch in Kontakt. Und Vitamin C kann in seinem Stoffwechselgeschehen durch unser heutiges Leben wesentlich blockiert werden. Und auch Menschen haben nicht so viel Aufnahme und nicht mehr so viel Vitamin C-Gehalt in den Früchten, in dem Gemüse. Das heißt, Vitamin C ist an der Bildung ganz wertvoller Kollagenfasern mitbeteiligt. Kollagen ist die Struktur des Bindegewebes. Wer denkt heute im Rahmen auch von Erkrankungen an unseren Gelenken an Vitamin C? Das wird gar nicht mehr wahrgenommen. Vitamin C ist auch verantwortlich in der Umwandlung vom Dopamin zum Noradrenalin, im Rahmen der Neurosynthesynthese und in der Bildung vom Carnitin. Carnitin ist sehr verantwortlich auch im Rahmen unseres Zellenergiestoffwechsels. Wir können vielleicht manchmal beobachten, wenn wir Zahnfleischbluten haben oder wenn wir eine schlechte Wundheilung registrieren. Das ist länger dauert, wenn wir Gelenkentzündung spüren. Aber auch Müdigkeit und Erschöpfung sind Zeichen eines Vitamin C-Mangels. Es ist eines der höchsten Antioxidantien und es ist ein Kofaktor für ganz viele biochemische Prozesse, die wir brauchen, weil durch die Entstehung freier Radikale in der Verstoffwechselung des Sauerstoffes bindet Vitamin C diese freien Radikale und hat, wie gesagt, eine wichtige Schlüsselstellung heute, indem es natürlich auf solche enzymatischen Funktionen Einfluss hat. Das, vielleicht nochmal ein paar Worte zum Vitamin C. Die Überlegenheit, aber bei Tumorerkrankungen, die wird völlig unterschätzt. Und das ist etwas, wo ich sage, ich muss schon auch mit einem Vitamin C, sage ich mal, Infusionen, und da geht es um ganz andere Dosierungen, als wir in der Oralentherapie zu uns nehmen, muss ich schon erfahren sein, damit zu arbeiten. Der Vitamin C, bereits Louis Pauling, also der Vater der Orthomolekularmedizin, hat lange Zeit beobachtet, dass allein 10 Gramm, also 1000 Milligramm, einen wesentlichen Effekt haben auf auch fortgeschrittene Tumorgeschehen. Das heißt, Vitamin C kann natürlich jetzt, wenn es IV infundiert wird, den sogenannten Transportblocker, den wir haben in unserem Darm, den kann es ausschalten, indem wir es direkt IV-mäßig zugeben. Vitamin C wird recht schnell verstoffwechselt und es macht keinen Sinn, eine Dosierung von über 2000 Milligramm am Tag einzunehmen, auf keinen Fall einmalig, wenn dann in wirklich vielen kleinen Dosen, weil immer nur wenig aufgenommen wird und das wird vom Körper selbst reguliert. Das, was überschüssig ist, scheidet er einfach über die Nieren aus. Deshalb gibt es solche Präparate, die eine Depotwirkung haben. Das heißt, wenn 500 Milligramm als Depot gegeben werden, dann werden die über einen bestimmten Freiraum im Organismus erst freigegeben, um damit auch gut über den Darm stoßweise aufgenommen zu werden. Deshalb kleine Dosierungen, 200 Milligramm zum Beispiel, über fünfmal verteilt oder auch, wie gesagt, Depotpräparate, die man vielleicht dreimal 500 sehr, sehr gerne nehmen kann. Aber achten Sie darauf, noch eine höhere, bessere Aufnahme ist natürlich Liposomal. Es ist verkapseltes Vitamin C und das hat eine doch ausschließlich höhere Resorptionsfähigkeit als jedes andere. Aber wir sprechen ja hier von der Hochdosis und wenn wir von der Hochdosis sprechen, dann sprechen wir nicht von 10 Gramm allein, sondern wir sprechen von weit über 30 bis 100 Milligramm Vitamin C. Und das gehört natürlich in Hände eines Arztes, weil in dem Moment wird es intravenös gegeben. Warum? Vitamin C in dieser Dosierung ist jetzt kein Antioxidant mehr im Sinne eines gegen die freien Radikale wirkendes, pufferndes, entlastendes Antioxidant, sondern jetzt ist es ein Pro-Oxidant. Und Oxidantien wirken scharf. Das sind große, große Waffen. In dem Moment kommt es intrazellulär, beziehungsweise auch extra, also außerhalb der Zelle, zu einer sogenannten induzierten Reduktion von Metallionen und Kationen und vor allen Dingen von Eisen und Kupfer. Das wiederum aktiviert ein Enzym und es kommt somit zur Herstellung von Wasserstoffperoxid. Sie kennen alle Wasserstoffperoxid 3%. Auch der Körper ist in der Lage, zu einem gewissen Anteil immer wieder auch Wasserstoffperoxid zu bilden. Damit hat er natürlich selbst eine sehr hohe antibakterielle, antivirale und auch antiparasitäre Möglichkeit, all dem zu begegnen, was ihn belastet. Aber der entscheidende Schlüssel ist jetzt die Bildung von Wasserstoffperoxid, dann die Penetration in die Zelle und damit natürlich wesentlich der Selbstschuss gegen die Tumorzelle. In dem Moment wirkt Vitamin C natürlich hoch antitumorös. Also wir nennen das als Mediziner, hat eine sehr hohe zytotoxische Wirkung. Und interessant ist, es hat keine Nebenwirkung. Also was will ich erreichen mit einer antitumorösen Wirkung? Sie wird immer viel, viel effektiver sein, Entschuldigung, wenn ich den Nebeneffekt klein halte. Weil jede normale Chemotherapie kann natürlich nie selektiv wirken, sondern sie hat immer einen direkten Einfluss auf besonders schnell wachsende, auch gesunde Zellen. Und das ist jetzt wichtig, weil natürlich Vitamin C damit, wie gesagt, zytotoxisch wirkt. Auf der einen Seite extrazellulär und damit auf den zellulären Energiestoffwechsel wirkt. Die Zelle kommt weiterhin in eine Energiearmut und auf der anderen Seite beeinflusst es den DNA und auch den Glukosestoffwechsel. Und das ist interessant zu wissen. Und jetzt müssten Sie vielleicht noch einmal mit mir etwas Geduld aufbringen, um Sie auf ein Problem aufmerksam zu machen, was auch ganz entscheidend ist im Rahmen einer Tumorerkrankung. Der Professor Greg Semenza bekam 2019 den Nobelpreis, weil er HIV-Alpha, sage ich mal, Beforschte und HIV-Alpha als einen sogenannten HIV, heißt Hypoxie, Induktionsfaktor beschrieb und auch wesentlich wissenschaftlich erklärte, welchen Einfluss hat dieser Faktor auf den zellulären Energiestoffwechsel. Meine erste Begegnung mit HIV-Alpha war bereits schon 2009, als ich den Dr. Koi kennenlernte, der damals noch Jahre vorher am Krebsforschungsinstitut in Heidelberg arbeitete und ebenfalls über die Erkenntnis von HIV-Alpha die großen Arbeiten von Professor Warburg in den 30er Jahren heute auf einen neuen Wissensstand stellte und man wusste, dass wenn eine Zelle in eine Hypoxie kommt, tagelang, wochenlang nicht zu essen, kein Problem. Drei, vier Tage nicht zu trinken, nicht sonderlich wertvoll, aber Sie werden nicht sterben. Die wirkliche Problematik beginnt ab dann. Aber wenn Sie nach drei Minuten nicht atmen mehr, dann entsteht ein irreversibler Schaden intrazellulär, das Gehirn schaltet sich ab. Das heißt, unser Körper hat eigentlich für den Sauerstoffmangel, hat er unglaubliche Mechanismen, die er sofort einschaltet, um diese Hypoxie, also die Mangelversorgung der Zelle, sofort zu kompensieren. Das sind Notfallmaßnahmen, da läuten im Organismus 100.000 Glocken und er kann über dieses HIV-Alpha, über diesen Hypoxie-induzierten Faktor, der an allen sogenannten Endothelzellen in den Gefäßwänden vertreten ist, der intrazellulär vertreten ist, sofort eine Reaktion ankurbeln. Das heißt, es ist ein Signal, das der Körper wahrnimmt, sämtliche andere Signale zur Seite stellt und jetzt zum Beispiel über ein Hormon, das ist das Erythropoietin, wesentlich über Lebe und Niere erstmal genug rote Blutkörperchen herstellt. Diese roten Blutkörperchen sind natürlich die, die den Sauerstoff transportieren. Und wenn jetzt wenig da ist, aber genug Kapazität, ihn zu transportieren, ist das erstmal ein Ausgleich. Da kommt es natürlich zur Drängelei in den Gefäßen, denn die andere Wirkung ist, dass jetzt Stickmonoxid produziert wird, verstärkt. Und Stickmonoxid, das produziert jede Zelle, hat natürlich auch ebenfalls die Auswirkung hier regulativ zu wirken, bringt die Zellen in eine oder die Gefäße in eine große Entspannung. In dem Moment, wo die Entspannung da ist, ist natürlich auch die Möglichkeit, diese roten Blutkörperchen gut weiter zu transportieren. Es wird damit auch die Verklumpung der roten Blutkörperchen wesentlich verhindert und auf der anderen Seite auch verhindert, dass die sich anhaften. Das heißt, wenn HIV-Alpha dafür verantwortlich ist, dass diese Zelle jetzt natürlich viel, viel besser versorgt werden, dann sorgt HIV-Alpha auch dafür, dass die Angiogenese stattfindet. Und Angiogenese ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, weil dadurch natürlich eine Tumorzelle wieder an neue Kapillaren, an neue Gefäße andocken kann, die der Körper über dieses Signal stimuliert. Das heißt, das ist ein Selbstregulationsprozess, der auch in dem Stoffwechsel einer Tumorzelle einen wesentlichen Aspekt hat, weil das System in einer großen Eigenständigkeit dafür sich immer wieder neu in seinem Stoffwechselgeschehen etabliert und dieses Stoffwechselgeschehen damit auch vorwärts bringt. Man weiß heute, das weiß man schon seit den 30er Jahren, dass natürlich eine Tumorzelle durch die Zerstörung oder durch das Ausschalten ihrer Energiekraftwerke auf so einen hypoxämischen Zustand eingerichtet ist. Jede Tumorzelle verbraucht 18 mal mehr Zucker und benötigt nicht den Sauerstoff. Und ich komme jetzt wieder zurück, damit ich es nicht so kompliziert machen möchte, aber dieses HIV-Alpha wird in seiner Aktivität durch hochdosierte Vitamin C ausgeschaltet. Und das ist natürlich ein hochinteressanter Aspekt, ihn zu verstehen, dass man durch eine Hochdosisterapie wesentlich auf dieses intrazelluläre Tumorgeschehen Einfluss nehmen kann. Ganz, 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 ganz nebenbei, wenn man zum Beispiel diese induzierte Hypoxieintervalltraining macht, IHHT, wir haben bereits Sendungen auch hier auf QS24 TV bereits durchgeführt, dann ist das etwas, was ich in meinem normalen, gesunden Zustand natürlich trainieren kann. Dass diese bessere kapilläre Versorgung bei einer gesunden Zelle einen hohen Reiz immer wieder bekommt, den Körper in seinen sämtlichen Zell- und Energiestoffwechselgeschehen positiv zu unterstützen. Und damit hat schon allein Pauling und später auch viele, viele, viele wissenschaftliche Studien liegen vor, bis einschließlich heute gesehen, dass die Hochdosisterapie Tumoren zu einer Remission als auch zu einer wirklichen, zum Stopp kommt, beziehungsweise auch die Entwicklung zu einem weiteren Metastasengeschehen blockieren kann. Das sind wirklich Dinge, die ich Ihnen, ich weiß nicht mehr über Sie, als dass ich heute nur die Aufgabe hatte, wie denke ich über Vitamin C. Es ist für mich seit 30 Jahren ein großer, fester Bestandteil im Rahmen einer Antitumortherapie, weil das Verständnis für die Ursachen eines Tumorsgeschehens und wichtig sein müssen. Die Natur macht keinen Fehler, ein Tumor ist kein Schicksal. Ein Tumor ist ein Verzweiflungsakt eines zellulären Stoffwechsels, der ein Umschaltphänomen entstehen lassen musste, damit die Zelle am Überleben bleibt. Und heute wissen wir so viel darüber, dass ich es nicht verstehen kann, dass wir diese Dinge nicht im Rahmen eines Tumorgeschehens auch einsetzen. Hochdosisterapie für mich 0,5, zum Beispiel 5,3 Milligramm pro Kilogramm und damit kann man rechnen, nicht einfach durchführen, weil diese Dinge natürlich auch bei einer Niereninsuffizienz schief gehen, denn es entwickeln sich dann schwere Nierensteine, weil es muss natürlich auch ausgeschieden werden und dadurch kommt es zur Auskristallisation. Wir oder es ist ganz wichtig, die Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase vorher zu messen, ob dieser Enzymaktivität es wieder abzubauen gegeben ist. Hochdosis an Vitamin C natürlich nicht nur bei Tumorerkrankungen. Es gibt eine Reihe von Erkrankungen wie Infektanfälligkeit, wenn man müde ist, wenn man Stress hat, was ja alles oft auch durch diesen oxidativen Stress bedingt ist, Begleittherapie, natürlich bei Chemo- und Strahlentherapie in der Krebsnachsorge, Wundheilungsstörungen, ganz viele Prozesse im Heilungsverlauf, Nachoperationen, Unfällen, Rheuma, Asthma, Bronchale, Allergien, Angina pectoris, Durchblutungsstörungen. Durchblutungsstörungen in Kombination vielleicht auch mit einem IHHT, Intervalltraining, Hypoxie, um neue Kollateralen zu schaffen. Vergessen Sie das nicht, das Leben drängt immer nach, ich will Gleichgewicht selber schaffen, hilf mir in diesem Prozess, Thrombose, Emboliegefährdungen und, 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 und. Also diese Zeit reicht überhaupt nicht aus, so ein wunderbares, großes Thema zu behandeln und dennoch glaube ich, Ihnen damit vielleicht helfen zu können, viel mutiger zu sein und einfach diese Dinge auch mit jemandem zu besprechen, der Sie da gut begleiten kann, wie auch immer jetzt die Therapie aussehen wird. Aber meine Erfahrung in diesen 30 Jahren ist mehr als positiv und das darf ich jetzt an dieser Stelle Ihnen sagen dürfen. Alles, alles, alles Gute für Ihren, für Ihren Mann. Und Ihnen allen, liebe Zuschauer, danke ich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit an diesem heutigen Tag und vor allen Dingen, wann immer Sie Fragen haben oder meinen ärztlichen Rat aus ganzheitlicher Sicht brauchen, dann herzlich gern unter visite.qs24.tv. Nehme ich all diese Dinge an und finde sie sehr interessant, um daraus eine schöne nächste Sendung zu bauen. Vielen herzlichen Dank und eine ganz schöne Woche.